hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video mit mir eric oliver mechler in diesem video gehe ich der frage nach wie man denn ein whatsapp button in wordpress einbauen kann damit eure kunden eure besucher euch schnell und einfach kontaktieren können also bleibt dabei jetzt geht's los ja ich denke ich muss whatsapp niemanden von euch erklären ich kann euch noch ein paar kurze zahlen dazu liefern und zwar hat whatsapp so im februar märz 2019 über 1,5 milliarden aktive user gehabt und es hat alle leute in über 180 länder miteinander verbunden spannend ist ebenfalls dass wir durchschnittlich whatsapp 23 mal am tag öffnen also eine sehr sehr spannende zahl nun muss man sich eigentlich auch nicht wundern dass immer mehr firmen whatsapp auch gerne in ihre business kommunikation einbinden möchten jetzt noch ein kleiner disclaimer ich sage hier nichts zum rechtlichen system nun möchte ich euch aber kurz zeigen wie einfach man whatsapp in wordpress einbauen kann und da gehen wir gleich mal in unser wordpress hinein erkennt ihr diese webseite bereits ich gehe jetzt ins backend hinein und dann zu den plugins nun bin ich eigentlich hier bei den plugins ich gehe hier auf installieren ich klicke hier drauf und dann suche ich nach quick whatsapp das ist ein plugin das habe ich vor ein paar monaten bald einem jahr programmiert das hat über 900 aktive installationen ich denke das ist sehr gut klickt hier auf installieren und dann müsst ihr warten bis das ganze kurz runter geladen ist und nachher könnt ihr es gleich aktivieren sobald er es aktiviert hat müsst ihr es eigentlich nur noch konfigurieren scrollt ein bisschen runter dann seht ihr hier irgendwo quick whatsapp und dann könnt ihr hier in die quick whatsapp administration hinein switchen so sieht also das plugin aus ich habe hier vier verschiedene design ideen designs vorlagen für den button das ist einmal so ein quadrat dann habe ich ihn ausgeschnitten hier ein flat hier ein bisschen kreativ das könnt ihr nachher alles auswählen als erstes braucht ihr hier eine telefonnummer gebt sie so ein dass ihr hier die ländervorwahl habt dann die vorwahl und die telefonnummer sobald ihr eure nummer hier eingegeben habt dann klickt hier auf save und jetzt ist es eigentlich bereits soweit dass ihr whatsapp einsetzen könnt ihr könnt hier noch eine kurze begrüßung eingeben ich mache meistens hallo kommen und speichere es auch ab wenn ich weiter runter scroll kann ich dann die buttons auswählen die ich hier habe also 1 2 3 oder 4 ihr seht ihr da hier standard clear flat und kreativ ich lasse jetzt mal das standard sein ich kann natürlich auch ein eigener button hier einprogrammieren da muss ich hier einfach die url des jpgs hier eingeben ich zeige euch nachher wie das aussieht im frontend sieht es dann ganz einfach so aus wenn ich dann das ganze seite neu lade dann sieht man eigentlich noch nicht wirklich was also ihr seht ich habe hier auf seiten ich habe nichts auf seiten und auch bei beiträge habe ich noch nichts dabei ich muss es nämlich hier zuerst aktivieren ich möchte hier den chat button aktivieren dann klicke ich mir mal auf aktivieren speichelt ab und schau und dann sehe ich hier ist jetzt der chat button ist aktiv aber der share button ist deaktiviert ich kann den hier auch noch aktivieren chat ist offline chat ist online share button ist online so und wenn ich dann hier drauf liegt dann sehe ich hier zwei chat button also zwei buttons einmal den chat button und einmal den share button was bedeutet das ist eigentlich nichts anderes wenn ich hier auf den share button klicke dann wird diese url hier geteilt mit demjenigen den ich dann in whatsapp markiere und hier kann ich direkt einen chat öffnen mit mir zum beispiel wenn ich jetzt hier auf dem browser bin und ich klicke drauf dann öffnet sich der web browser und die web applikation von whatsapp bin ich auf einem natal und schaue es mir am natal an als auf dem handy dann kommt die app und öffnet sich dort also ich kann das mal kurz zeigen wenn ich hier drauf klicke dann öffnet sich die web applikation der chat ist da und voila ich bin jetzt hier drin und wie ihr seht hier ist der begrüßungstext nun kann ich natürlich auch ein den chat button in hoocommerce einbauen also wenn ich zum beispiel möchte dass er immer nach dem warenkorb button also nach dem add to cart button drin ist dann kann ich ihn dort auch aktivieren das ist vor allem spannend wenn man vielleicht fragen beantworten möchte im onlineshop also ich mache das jetzt mal kurz ich klicke hier auf aktiv sichere es gehe wieder in die frontend seite gehe hier zum shop ruf mal ein produkt auf und jetzt seht ihr hier nach dem warenkorb button ist der chat button drin und hier auch nun vielleicht möchte ich gar nicht dass überall diese zwei buttons auftauchen dann habe ich auch die möglichkeit noch selbst kleine shortcodes zu verwenden dann kann ich nämlich genau gezielt steuern wo ein chat button und wo der share button auftauchen sollte also ich kann jetzt hier einfach das ganze deaktivieren also wenn ich hier wieder darauf klicke ist der button hier überall weg aber ich kann jetzt zum beispiel den quick chat button hier einbinden wenn ich ihn zum beispiel nur auf der kontaktseite haben möchte also öffne ich die kontaktseite klicke kurz auf seite bearbeiten und gebe dann hier unten einfach noch kurz ein zum beispiel kontakt via whatsapp gebe den shortcode ein aktualisier es und dann schaue ich im frontend und sehe der button ist drin und er ist jetzt nur hier sichtbar ich kann aber auch den chat button hier in den fuderbereich einpacken also kann ich hier in den widget bereich hingehen ich habe jetzt hier einen vierten vierter bereich vom fuder ich nehme jetzt einfach den html button gebe hier auch den shortcode ein speichere es ab und wenn ich dann hier wieder aktualisier ist der chat button hier ihr seht das ist ganz einfach nun möchte ich vielleicht einen eigenen whatsapp button haben weil mir diese vier nicht gefallen dann kann ich das auch machen ich habe jetzt hier mal ein whatsapp button bereitgelegt ich muss ihn jetzt einfach in die mediathek hochladen wie das hochladen eines bildes in die mediathek geht muss ich euch ja nicht erklären sonst habe ich hier rechts oben noch ein kleine ein kleines video verlinkt wo ich das mal kurz erklärt habe also ich habe jetzt hier den whatsapp button verlinkt ich habe hier die url und die muss ich jetzt eigentlich nur kurz im quick whatsapp einstellungen eingeben also ich gebe jetzt hier ein eigener button sichern und wenn ich jetzt das aktualisiere seht ihr der button ist überall ersetzt worden also ihr könnt hier wirklich frei eigene buttons hochladen und verwenden schaut einfach dass er immer wieder passt hier ist jetzt schon fast ein bisschen groß ich kann nämlich nicht noch die größe einstellen sondern ich kann nur wirklich oder die größe die dieses bild hat wird auch so angezeigt also wenn ihr ein eigenes bild hochladen dann müsst ihr einfach schauen dass ihr hier direkt die richtige größe hochladen ihr könnt nämlich nicht noch via css oder irgendwie so das verkleinern das geht nicht wirklich macht ein bisschen ärger also schneidet das bild direkt in einem bildbearbeitungsprogramm in die richtige größe zu und lädt es dann hoch und dann gibt es natürlich noch die möglichkeit eines sogenannten floating buttons das ist so ein button den ihr immer wieder seht auf der webseite die irgendwie rechts oder links positioniert sind und immer an der gleichen position im browser stecken bleiben auch das kann ich machen da habe ich nämlich hier drin noch die floating button position also ich nehme jetzt an von links nach rechts also ich spiele die von rechts nach links also von hier in die mitte gebe ich jetzt mal ein 10 prozent ich kann aber auch pixel nehmen zum beispiel 100 pixel dann nehme ich noch 10 prozent von unten nach oben speichere es ab und aktivieren auch den floating button und jetzt wenn ich das aktualisieren dann seht ihr hier den button diesen button könnt ihr ausnahmsweise noch nicht selbst steilen das mache ich dann in einem der nächsten aktualisierungen von meinem plugin aber ihr seht jetzt der button dieser whatsapp button der ist immer auf der gleichen höhe das ist ein sogenannter floating button selbst wenn ihr den bildschirm vergrößert oder verkleinert er ist immer 10 prozent von unten 10 prozent von der rechten seite so wie ich es hier im backend eingestellt habe so nun wisst ihr also wie ihr sehr einfach und sehr schnell ein whatsapp button in euer wordpress einbauen könnt ihr habt mehrere möglichkeiten ihr könnt einfach den normalen button verwenden diese vier auswählen diese vier vorlagen verwenden dann habt ihr die möglichkeit einen eigenen button zu designen ihr könnt einstellen ob ihr den chat button aktiv haben möchtet oder ob ihr den share button aktiv haben möchtet ihr könnt auch den share button selbst bestimmen ihr könnt aber auch einstellen ob ihr das bei who commerce zum beispiel nach dem warenkorb eingeblendet haben möchtet und ihr habt auch die möglichkeit ein floating button zu aktivieren und zu positionieren und ebenfalls könnt ihr das ganze mit einem shortcode überall wo ihr wollt einbauen also nun wisst ihr wie man whatsapp in wordpress einbauen kann wenn ihr fragen zu diesem plugin habt dann schreibt es mir unten rein ihr könnt mir aber auch eine e mail schreiben dann hoffe ich euch hat dieses video gefallen ich würde mich freuen wenn ihr meinem video einen daumen hoch oder auch einen daumen runter geben würdet ich freue mich auf alle reaktionen ebenfalls würde ich mich freuen wenn ihr meinen kanal abonnieren würdet dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen tag und viel spaß mit whatsapp bis dann tschüss